Herzlich Willkommen Krypto-Freunde! Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein sehr interessantes Move-to-Earn-Projekt vorstellen. Heute geht es um Manzi. Manzi wird ein Move-to-Earn-Projekt sein, das nicht nur das reine Laufen beinhaltet. Und was mir hier auch schon am Anfang direkt sehr gut gefällt ist, dass es hier auch einen prominenten Botschafter gibt. Es gibt einem einfach ein Stück weit ein bisschen mehr Sicherheit. In letzter Zeit kamen ja doch auch einige Scams auf. Aber ich würde sagen, schauen wir uns doch einfach mal Manzi gemeinsam an. Falls du neu auf meinem YouTube-Kanal bist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir auch ein Abo dalässt. Ich poste eigentlich täglich Krypto-Videos. Du unterstützt meinen Kanal damit sehr. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Aber jetzt kommen wir mal zu Manzi. Ich fange jetzt hier direkt mal auf der Twitter-Seite an. Wir haben hier gerade 40.000 Follower. Natürlich können wir auch hier gerade wieder sagen, dass diese 40.000 Follower wahrscheinlich nicht echt sein werden. Das Projekt gibt es einfach noch nicht lange. Und ich glaube nicht, dass es in der Zeit möglich ist, so schnell 40.000 Follower aufzubauen. Was mir hier aber direkt schon mal sehr gut gefällt ist, dass hier der Kapitän von Maccabi Tel Aviv, ich denke die Fußballfans unter euch kennen diesen Verein, der Botschafter ist. Und zwar geht es hier um Dan Glazer. Ich habe uns den hier auch schon mal rausgesucht. Dan Glazer ist ein israelischer Fußballspieler, der als Mittelfeldspieler für Maccabi Tel Aviv und die israelische Nationalmannschaft spielt. Natürlich ist Israel weit weg von uns. Trotzdem ist Dan Glazer hier ein professioneller Fußballspieler und ist der Botschafter von Manzi. Dass jetzt hier direkt mit einem Scam zu rechnen ist, ist meiner Meinung nach erstmal unwahrscheinlich. Das wäre jetzt hier auch schon ein enormer Imageschaden von Dan Glazer. Natürlich heißt das letztendlich auch nichts. Das muss man natürlich auch an der Stelle sagen. Aber es gibt mir einfach schon mal ein Stück weit so ein bisschen Vertrauen. Und ich habe mir das Projekt auch schon mal angeschaut. Wir kommen ja jetzt eben noch dazu. Der Rest gefällt mir auch sehr gut bis dahin. Auf der Twitter-Seite hier ist auch schon einiges los. Wir können hier beispielsweise mal sehen, schon mal so einen kleinen Ausschnitt, dass auch hier eben bei Manzi mit solchen Sensoren gearbeitet wird. Also es gibt nicht nur das reine Laufen, sondern man wird hier allgemein für Fitness belohnt. Aber dazu kommen wir dann eben gleich noch. Auch hier beispielsweise jetzt beim Tanzen. Durch Sensoren werden hier die einzelnen Gliedmaßen erkannt. Die einzelnen Bewegungen werden erkannt. Und dadurch wird dann eben ein Token verdient. Was auch schon direkt sehr interessant für uns direkt am Anfang ist, dass jetzt hier eben sehr bald schon der IDO stattfindet. Und zwar am 28. Juni wird der IDO stattfinden. Dann wird man den Token erwerben können. Ein BUSD, also ein US-Dollar, wird hier 166,66 Manzi-Token wert sein. Was mir außerdem sehr gut gefällt, ist, dass hier Blockpad ein Partner von Manzi ist. Hier wurde jetzt eben von Blockpad getwittert, dass der IDO von Manzi eben bald stattfinden wird. Registrieren kann man sich ab dem 23. Juni. Und am 28. Juni wird er wie erwähnt eben stattfinden. Soviel erstmal dazu. Das schaut meiner Meinung nach erstmal auf den ersten Blick schon mal ganz gut aus. Auch Cityify Fund ist jetzt hier der offizielle Launchpad-Partner von Manzi. Also ihr seht jetzt hier auch schon direkt auf der Twitter-Seite, dass hier schon einige Informationen dafür sprechen, dass Manzi durchaus Potenzial haben könnte, hier erfolgreich zu sein. Aber ich würde sagen, schauen wir uns doch jetzt einfach mal Manzi an. Und zwar bin ich jetzt hier direkt auf der Webseite von Manzi. Ich verlinke euch das auch wie immer in der Videobeschreibung. Man wird hier auch den eigenen Token dann direkt kaufen können, indem man hier draufklickt. Da wird man dann eben weitergeleitet. Aktuell gibt es den Token aber noch nicht. Und zwar können wir jetzt hier direkt am Anfang schon mal einen kleinen Einblick von der App sehen. Soviel sei schon mal gesagt, die App sieht aus meiner Sicht sehr professionell aus. Sie ist zwar noch nicht zu erwerben, aber was ich jetzt hier so auf der Webseite schon mal sehen konnte, hat mir sehr gut gefallen bis dahin. Unternehmen Sie verschiedene Aktivitäten und erhalten Sie Belohnungen für Ihre körperlichen Bewegungen. Das ist jetzt erstmal was, was nichts Neues für uns ist. Man erhält quasi durch Move to Earn Rewards. Die KI-basierte Posenschätzung von Manzi identifiziert genau die gegebenen Gelenke eines einzelnen Benutzers. Darauf basierend hat Manzi eine einzigartige Belohnungsstruktur formuliert. Also wir kennen hier dieses System auch schon mit diesen KI-basierten Posenschätzungen. Ich habe ja Dot Moves auch schon mal vorgestellt. Hier gibt es ein sehr ähnliches Prinzip. Die Aktivitätsklassifizierung von Manzi ermöglicht es Benutzern, eine automatisierte Möglichkeit, einfach die Kamera einzuschalten und mit dem Verdienen von Belohnungen zu beginnen. Also man braucht für Manzi ein Smartphone, das eine Kamera hat, logischerweise. Und das sieht jetzt zum Beispiel auch schon sehr cool aus, finde ich. Hier sieht man ein richtiges Portfolio in der App. Also hier sogar mit prozentualen Tagesveränderungen. Wenn das wirklich auch so integriert wird, das wäre natürlich extrem cool, finde ich. Die App ist aktuell noch nicht draußen. Es wird die App einmal natürlich für den Google Play Store, aber auch für iOS geben. Also es wird dann hier auch eben einen Versus-Mode geben, in dem man gegen andere antreten kann. Mit Manzi wird man auch die Möglichkeit haben, passives Einkommen zu generieren. Und zwar werden die Schritte hier gezählt, durch das Gehen oder das Laufen. Und dabei verdient man den MNZ-Token, also den eigenen Manzi-Token. Passives Einkommen ist es jetzt vielleicht an der Stelle nicht unbedingt. Trotzdem muss man ja auch sagen, wir bewegen uns ja sowieso. Und wenn wir dann dabei einfach die Manzi-App laufen lassen können und dadurch den Manzi-Token verdienen, dann ist es ja schon auch irgendwo ein Stück weit passives Einkommen. Also ich bin gespannt, wie das Ganze dann hier umgesetzt wird. Wir können jetzt hier mal so einen kleinen Einblick sehen, wie das dann aussieht. Wenn man beispielsweise jetzt hier so ein Training starten möchte. Wir haben hier eine GPS-Karte, können auf Go klicken. Die Kilometer werden angezeigt. Man kann auswählen, ob man jetzt hier laufen oder rennen möchte. Also eigentlich alles erstmal relativ schön gemacht, finde ich. Hier können wir dann jetzt auch Statistiken sehen. Beispielsweise wurden hier durch dieses Laufen von 3,6 Kilometern 56 Manzi-Token verdient. Zwei Tage davor wurden durch Laufen von 2,6 Kilometern und 5.324 Schritten 39 Manzi-Token verdient. Also ihr seht, je mehr man letztendlich läuft, desto mehr Token verdient man dann eben auch. Man wird bei Manzi die Möglichkeit haben, sich zum einen Turnschuhe zu kaufen. Man kann ein Stirnband kaufen, was neu ist. Man kann natürlich den eigenen Token kaufen. Aber man kann beispielsweise auch Handeln kaufen, was jetzt hier auch zum Beispiel ein neuer Punkt ist. Und durch die Bewegung wird man dann eben die Möglichkeit haben, aufzusteigen. GPS ist nötig. Das ist, denke ich, auch klar an der Stelle erstmal. Und scheinbar wird man auch die Möglichkeit haben, hier so ein Manzi-NFT zu mieten. Also hier können wir das jetzt schon mal sehen an der Stelle, wie das aussieht. Kommen wir mal zum Team. Was ich hier erstmal ein bisschen schade finde, ist, dass das nicht verlinkt ist. Wir können zwar hier ein bisschen was über das Team rauslesen, was an der Stelle schon positiv ist. Heißt aber natürlich erstmal gar nichts, hier irgendwelche Namen und Bilder einzufügen, was die gemacht haben. Vorher ist natürlich auch relativ leicht fälschbar. Also es sind jetzt hier keine direkten LinkedIn-Verlinkungen dabei. Allerdings bei den Beratern ist tatsächlich was dabei. Hier hat man jetzt eben beispielsweise die Möglichkeit, auf Vorsitzender zu klicken. Und dann wird man direkt zu LinkedIn weitergeleitet. Also schaut euch hier auch gerne nochmal so ein bisschen was über das Team an. Hierzu habe ich jetzt weiter erstmal noch nichts recherchiert. Dann wird hier auch nochmal auf der Webseite der Markenvertreter erwähnt. Und zwar ist das, wie vorhin schon erwähnt, dieser Dan Leon Glaser. Dieser spielt eben Fußball bei Maccabi Tel Aviv. Und scheinbar hat er auch schon mit Adidas und Fila zusammengearbeitet. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Dass hier wirklich auch jemand gezeigt wird, der einfach in der Öffentlichkeit auch vertreten ist. Das nimmt mir einfach so ein Stück weit die Angst, dass hier wirklich auch mit einem Ruckpool zu rechnen ist. Die Partner werden hier natürlich auch erwähnt. Auch das sehr positiv. Blocktopia ist hier beispielsweise erwähnt. Pools, Decentralabs, aber eben auch Cidify. Springen wir hier nochmal kurz ins Whitepaper. Und zwar schauen wir uns jetzt hier mal noch die Tokenomics an. Es gibt insgesamt 2 Milliarden von diesen Mancy Token. Und zwar wurde hier die Tokenvergabe wie folgt aufgeteilt. Beispielsweise werden 12% für den Public Sale bereitgestellt. 15% sollen für das Team sein. 3% für die Advisors. 4% für die Partner. 12% fürs Marketing. 6% für die Liquidität. Und so weiter. Man wird die eigenen MNZ Token verwenden können, einmal um seine NFTs aufzuleveln. Es wird hier solche Treasury Boxen geben, die man eben mit diesen Mancy Token kaufen und öffnen kann. Dadurch wird der Token dann auch eben geburned. Man wird seine Attribute upgraden können. Auch dadurch wird der Token geburned. Aber man kann natürlich auch NFTs minten mit dem Mancy Token. Wenn wir uns die Roadmap ansehen, dann können wir sehen, dass hier diese ab 2022 März datiert ist. Hier sind wir jetzt erstmal schon drüber. Hier waren beispielsweise Punkte wie jetzt die Webseite oder das Whitepaper drauf gestanden. Der nächste Schritt hier ist jetzt eben Juni 2022. Und zwar möchte man jetzt eben die App Store rausbringen im Google Play Store, aber auch natürlich für iOS im App Store. Ab September 2022 soll dann wohl auch digitale Avatare dazukommen. Es soll auch eine In-App Wallet beim MNZ kommen. Also klingt alles schon mal echt interessant, finde ich. Ab Dezember 2022 soll dann scheinbar auch ein Upgrade rauskommen, das eine In-App Multi-Chain Wallet eben bereitstellt. Auch der In-App Marketplace soll dann letztendlich Upgrade werden auf Multi-Chain und ein Community-Event z.B. kommen. Ja und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Das war es jetzt erstmal von mir zu Mancy. Meiner Meinung nach ein sehr interessantes Movetour-Projekt. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Ich werde dieses Projekt auf jeden Fall mal im Auge behalten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet bisher. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in meinem Discord vorbeischaut. Das Ganze ist kostenlos. Und jeder ist hier herzlich willkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über ein Like würde ich mich freuen, wenn euch mein Video gefallen hat. Wir sehen uns im morgigen Video. Danke. Ciao. !